Das ist jetzt gegen 2 Uhr, gegen 2 Uhr soll die Männer kommen, und das ist so gesagt, in der Blocke, das ist 2 am 10, 2 am 10, 40, 5 am 10, und da geht die Doktor und die Kevin umkennen. Aber ich denke mal, dass es 08.15 ok ist. Das können die Chinesen. Tja, Vertrauen ist gut, Kontroll ist besser. Haben wir doch beim Erich gesehen, der Erich hatte doch ein UKW-Gerät gekauft, das war doch sowas von leise. Ja, ja. Ja, ja. Wie viel hat der schon wieder aufgefunden, der Grieche? Ja, die ging eigentlich schon zu, der Fluch. Oder ob der bei der Pfütze weit gewesen ist, aber es war 20 Meter gewesen. Das war's. Weil, weil aus allen Kutugow, die sagen, das ist das antyrussische Propaganda. Also, auf radio, auf TV, sogar in детischen Verhältnissen, das spätigte. Und, sie sagen... Hier ist der Schlecher für das. Oder schon auf Montage. Wie in Builder-Stroy. Wenn du schon auf Montage gegangen bist, du schon auf Montage gegangen bist, du da ihn nicht schreitst. Aber Nikitos, извини. Er ist, glaube ich, bei dem jemanden, 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 von einem Beipforsitz mit dem möglichen des Dachlisers. Was ich sieht, aus der Abhandlung, der ist unbequete. Feel like I loose, my friend, Malljubber, dear, on Bermuda, man. Feel like I loose, my friend, Mr. Malljubber, in Bermuda. Mr. Johnny B. Bad downtown London, he's back out. Bitter, schwein. Hier gleitet die Schlecher, das bleibt alles an der Pocke hängen. So, der Abrat in Handel, gratuliert. Da kommen wir wieder hin. Du hast nun die Frühstück wahr, grüße dich, Nicole. Und dann, ja, um halb zwei kommen Pudeln, dann die Kinder ein. Mir hat der Evo anders vom Brotag angenommen, also haben wir nur Fingy mit seinen sechs Gästen. Na dann, viel Spaß, Monik. Zick, 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 ja. Aber Admar Klaus heißt, du wolltest dich da noch begrüßen, glaube ich. Klaus, Mikrofon zu dir. Das ist dann so eine Taktik, die bei Zugang nötig ist, um das Grundstück hier wieder... Komm, Dino, deine Patronen sind da alle. Die sind doch schon verschossen. Die drei kleinen scharpen Hunde da, oder solltest du mal sehen, wenn die loslegen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich hab die Prüfung aufgestanden, den letzten Abschluss da. Nein, wir waren einfach noch rot. Das war so, wie diese Alberskuchen und was er nicht arbeitet, um auch zu hören. Naja, dann ist man nur noch zu Ende. Dann kann er die nach hinten bewirkeln und lasse die Erden an ihn und dann wird schon einen schönen Dach. Es gibt die Minuten Hunger noch und erst mal von unserer Seite frei. Das war's 3.000 Dach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn wir sie jetzt müssen, müssen sie sich jetzt wieder aufschauen. Wir müssen sie nicht mehr aufschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020